Ich hab's auch geschafft. Oh, jetzt weiß ich aber nicht, wo ich bin. Wieso kann das Scheißspiel nicht Korb spielen? Ich hab keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Schwul. Bin ich. Ich hoffe, wir kommen uns nicht so ein Viech schon an. Ah, Excavation. Können diese Viecher hier auch klettern? Die Menschen? Was für Menschen? Ja, diese Heinis, ja? Alter, würde ich mich verarschen. Ich weiß nicht, was du meinst. Diese Menschenviecher, denn? Die es im zweiten Teil gibt. Ja, ich hab die zweite Teil nie gespielt. Ich hab's noch nie gespielt. Otomo. Okay, das jetzt zu Höhele Excavation, ne? Da sage ich jetzt, bin ich jetzt drin und gehe gerade längst. Okay, Moment. Das matschige Zeug zwischen meinen Ohren wird immer matschiger. Ich bin vielleicht nicht vollkommen, aber meine Worte sind weise und klug. Verflucht. So sehr ich mich auch bemühe. Ich habe Angst. Ah, Safe Point. Und, dass ich dich täusche. Unser felsiges Graberstorger hat nicht so weit mein Auge reicht. Und, und, und. Ja, die hat zu Excavation geführt. Muss ich? Nein, aber da sind wir. Da waren auch 200 oder was? Das sieht mir sehr nach Hund aus. Ja, ich habe nur einen gesehen. Wo Excavation? Wollte ich schon sagen, denn hier ist nichts. Hier ist nur ein Safe Point. Ähm, äh, Verzeihung. Ich glaube, ihr habt die zwei Hunde schon gekillt. Es ist je nachdem, welche Tür man geht. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, hier ist irgendwas. Laut der Aufbewahrung. Nimm den zweiten Gang rechts nach der verschlossenen Tür. Kapute Leiter. Siehst du, ist doch wenig, etwa. So. Geht ihr auch gerade nach Excavation? Ja, da bin ich schon drin gewesen. Da ist aber nur ein Safe-Ding und ein Settel. Das heißt, ich gehe jetzt wieder raus. Und dann zu Star Range, ne? Äh, so was? Wo ist das? Da drüber irgendwo, ne? Äh, ja, du gehst einfach, wenn du rausgehst nach links. Okay. Mach es. Irgendwann wirst du die Tür weg. Fuck, da ist schon wieder ein Hund. Geil, ey. Ich hasse Hunde. Ich will lieber schon mal die Spitzen. Na mehr. Wo ist der denn? Wo ist der denn? Ja, vor Storage scheinbar. Ja, vor Storage scheinbar. Ah, bin tot. Hier da unten ist er! Ah! Äh... Storage. Oh mein Gott, ich hab ihn... Ich hör aber zu 200. Bin ich nicht in Ordnung. Ey, du Köter! Storage. Okay, da ist Storage. Fine. Und rein. Okay, die ist... Verdammt, ich bekomm... Die Tür ist zu. Und Storage. Das heißt, ich geh weiter. Zum Tool Sheet. Ah, hier ist auch ein Plan. Ja, Tool Sheet geh ich mal weiter. Ich bin tot. Ich bin fit wie ein Torenschuh. Ein Torenschuh hat Kassenhund getötet. Storage, ich beeil mich und ich hab Angst vor Hunden. Iri! Scheiße, kein Hammer. Nein! Ja, wie gesagt, ich geh weiter zu Torenschuh. Ja, weitergehen einfach. Tool Sheet. Was ist das denn? Ah, Zementmixer. Settle. Ich kletter hier lieber irgendwie auf den Rohren rum. Ne Säge! Kann der als Waffe benutzen? Das wär extremst lustig. Ne, schade. Tool Sheet. Puh. Ah. Okay, ich geh jetzt mal aus dem Ex-Germonder. Okay, Tool Sheet ist auch nichts. Äh, doch ist was, aber ich geh mal weiter zum nächsten. Eine Säge ist da. Jetzt. Hunde, wie gesagt. Hunde, wie gesagt. Batterien, Leuchtsignal. Ich wäre froh, dass nur noch Hunde sind, wahrscheinlich auch noch mehr. Ah, nein. Auxiliary Shaft. Da war ein Hund. Es geht so um diesen komischen Auxiliary Shaft, oder so heißt das. Ah, da oben liegt noch... Ah, Dynamit. Da war's oben wo. Elefanten. Zombie Elefanten. Egal, ich geh zum Auxiliary Shaft, Scheiß auf Dynamit. Auxiliary Shaft, oder so heißt das. Ach so. Okay, hier geht's nicht längs. Das heißt, ich muss rausgehen. Tool Sheet weiß man nicht. Da muss man die Zaunbrenner gehen. Aber man muss rausgehen, weil da kommt man nicht längs, das ist ne völlig barrikadierte Tür. Da muss man wahrscheinlich auf der anderen Seite rein. Ah, das ist doch diese Stelle aus dem Video. Was? Ah, da ist der Hund ja schon. Perfekt. Sieh die aufs Kommando. Okay, ins Auxiliary Shaft-Teil kommt man nicht rein. Und? Sieh mich an. Wo soll ich denn jetzt hin? Hey, du Pisser. Ich versuch's einfach nochmal irgendwie. Ne, geh ich schon wieder, oder was? Ich hab' so eine Angst. Gut. Nicht, dass ich wüsste. Das ist noch ein bisschen zu viel. Hund, Hund, guck mich an. Ja. Da warte ich schon noch ein Tool Sheet? Anna. Äh, doch, warte. Doch, doch, da war ich schon. Ah, da musst du hin. Äh, Auxiliary Shaft. Ja, da musst du hin. Ja, da findest du den Sieg und dadurch kannst du die Tür aufmachen, um ins Auxiliary Shaft zu kommen. Ähm, Headshot. Oh Gott, und da sind auch Wunde. Malu, Panna, komm wieder her. Ja, Schickkissen zur Seite, Trottel. Und? Haha, voll geil. Spitzhacke. Ah, genau, ich benutze mal den Besen. Schade. Schade, ich hab' den Besen auf 5. Ich versuch mal Dynamit zu werfen. Oh Mann, er ist schon tot. Langweilig. Eine Spitzhacke, genau, im Mund. Ich hab' den Dynamit geworfen. Dennis, noch? Nein. Ja, das ist hier. Komm her, du Hund. Komm her. Nee, da will ich jetzt nicht durch. Ah, erwischt. Voll in die Fresse, ich gebämmst. Oh nee, jetzt schreit, da kommen da noch mehr Hunde. I hope not. Ja. Bist du schreit. Da kommen mehr Hunde, wenn er schreit. Und nicht unbedingt, wenn da mehr Hunde sind. Nee, der holte automatisch welche. Da kommt nämlich kein. Ja, bei mir war, bei mir war das so. Bist du schon mal aus dem Scherz oder was? Bei mir war... Nee, nee, da hat er auch geschrien. Der Hund jault. Der hat geschrien oder sind keine weitergekommen? Haha, nein, geschrien, ey. Jault, was weiß ich nicht, wie du's nennen willst. Stell mir witzig vor. Ahhhh. Ahhhh. Was haben wir denn da oben? Ich hab's jetzt ja, das tut. Gut, ich hab ihn getötet. Das geht. Ein ziiiits. Zettel. Was geht denn nicht? Ein Segen, aber eben gerade nicht bei der Tür. Nämlich so. Blob losgelassen. Ja, hierbei geht es. Oh Gott, da ist schon wieder Hund. Ja, ne? Das wird von diesen Scheißern. Da ist schon dieses Scheißhundeschild. Entdeck mich doch. Bis auch ein Weg zum Aux. Oh Gott! Fall ich doch ernst auf einer Scheißkiste runter, ey. Bis du auf den Weg zum Aux, Larry Sheft? Ich war schon im Aux. Nicht Tool Shad. Auch Larry Sheft. Das nächste Ding. Das nächste Ding. Ja, Cheft. Dafür brauchst du nämlich die Säge, die du beim Tool Shad findest. Oh Gott. Tool Shad. Der schirmt einfach die Scheißkiste weg. Uh, Penner. Ich fall dann runter. Ja, ne? Du meinst Dinger, äh... Aux... Larry... Ja, genau das. Äh, Chef. Das Tool Shad sagt. Ja, dafür nimmst du die Säge und die brauchst du, um zum Aux. Larry Sheft zu kommen. Nein, das ist dieses Shad. Mir doch egal. Tool Shad und Aux. Larry Sheft. Ja.